Hallo meine Liebe, Roland, Demian hier. Hast du dich schon mal gefragt, warum Männer aus Sicht einer Frau positiv darauf reagieren, wenn du dich von ihnen distanzierst? Das bedeutet, wenn du dich von einem Mann richtig distanzierst, warum kommt es häufig vor, dass er sich dann mehr um dich bemüht? Genau das wirst du heute hier erfahren. Du darfst also gespannt sein. Und es ist sehr wichtig, dass du dieses Prinzip verstehst, wenn du dir eine glückliche Beziehung wünschst und endlich in deinem Liebesleben ankommen willst. Aus diesem Grund bin ich für dich da und alles, was ich dir heute hier erzähle, sind Erfahrungen aus der Praxis. Darum schenken wir bitte deine Aufmerksamkeit. Du sollst dich also von dem Mann distanzieren, damit er sich wieder mehr um dich bemüht. Möglicherweise gehen dir so Gedanken durch deinen Kopf wie, Roland, sich vom Mann zu distanzieren, sind doch irgendwelche Spielchen und ich habe keine Lust auf Spielchen. Das ist nichts für mich. Oder ich habe keine Lust auf irgendwelche oberflächlichen Tipps und ich kann sehr gut verstehen, wenn du so denkst. Aber ich möchte dir weder irgendwelche oberflächlichen Tipps geben, noch möchte ich, dass du irgendwelche Spielchen spielst. Der Grund, warum ich das alles hier mache, meine Videos, mein Gruppencoaching, ist, weil ich dich dabei unterstützen will, dass du zu der Frau wirst, die den Mann und die Beziehung ihrer Träume auf natürliche Weise in ihr Leben zieht. Denn du bekommst im Leben nicht das, was du willst, sondern immer das, wer du bist. Das heißt das, was deiner inneren Einstellung entspricht. Und darum ist es umso wichtiger, dass das, was ich dir heute hier erzähle, für dich zur Selbstverständlichkeit wird. Der amerikanische Professor für Psychologie, Robert Cialdini, hat in einem seiner Bestseller geschrieben, dass jeder Mensch Angst hat, das zu verlieren, was er hat. Wenn du beispielsweise einen Mann kennenlernst oder mit ihm in einer Beziehung bist und der Mann dich küsst und ihr miteinander geschlafen habt, dann wird der Mann automatisch denken, dass du etwas für ihn empfindest oder in ihn verliebt bist. Vereinfacht oder sehr vereinfacht ausgedrückt wird er denken, jetzt gehört sie mir. Sehr wahrscheinlich wird sich der Mann nicht mehr so sehr um dich bemühen, wie er es davor getan hat, weil er bewusst oder unbewusst glaubt, dass er dich hat. Wenn du dich jedoch von ihm distanzierst, dann wird ihn das überraschen, weil er dieses Verhalten nicht verstehen kann. Attraktive Männer sind es sowieso gewohnt, dass ihnen die Frauen hinterherlaufen. Und die Frage nun an dich, willst du dich in diese Warteschlange der Frauen einreihen oder willst du cleverer als diese Frauen agieren? Beantworte dir diese Frage gerne selbst. Wenn du dich also von einem Mann distanzierst, dann wird er vor seinem Standpunkt, dass er dich hat, zu der Ansicht kommen, wenn ich diese Frau will, dann muss ich mich um sie bemühen. Und es ist sehr wichtig, dass du diesen Punkt immer sicherstellst, dass ein Mann sich um dich bemüht und sich dabei auch gerne etwas anstrengen darf. Darum ist mein erster Tipp für dich, Distanz funktioniert, weil dich dadurch der Mann niemals als selbstverständlich sieht. Lass uns nun einen Schritt weiter gehen. Was Robert Cialdini noch in seinem Buch schreibt ist, dass wir Menschen meist das wollen, was wir nicht haben. Und was bedeutet das nun für dich? Angenommen, du lernst einen tollen Mann kennen und dieser Mann bemüht sich um dich. Er ist charmant, er schreibt dir oft und er will dich häufig sehen. Das heißt, du hast nicht immer Zeit für ihn und du nimmst ihm mehr Zeit für dich. Oder du sorgst dafür, dass jedes Date anders verläuft. Dadurch bist du eine Herausforderung für ihn, weil der Mann nicht in der Lage ist, so anziehend auf dich zu wirken, wie er das gerne möchte. Und auch hier siehst du, dass das sich Distanzieren sehr gut funktioniert, weil der Mann dadurch sich mehr auf dich fokussieren muss. Im Gegenzug, wenn ein Mann dir häufig schreibt und dich ständig anruft und du zu allem Ja sagst und immer für ihn verfügbar bist und vielleicht auch, wann immer er will, du mit ihm ins Bett gehst, dann ist das absolut okay. Aber dann besteht zwischen euch keine Distanz und dadurch entsteht auch keine Anziehung. Und dieser Aspekt ist extrem wichtig. Sieh das mal so. Wenn bei euch zu viel Nähe besteht, dann erlischt das Feuer zwischen euch, weil es keinen Sauerstoff bekommt. Aber wenn du etwas Distanz herstellst, dann kann das Feuer zwischen euch wieder brennen. Darum ist es jetzt sehr wichtig, wenn du mit einem Mann in der Kennenlernphase bist oder in einer Beziehung bist, dann darfst du ab jetzt umdenken. Das bedeutet, du darfst dich ab jetzt selbst auf ein Podest stellen. Ja, du hast richtig gehört. Du darfst dich selbst auf ein Podest stellen. Und mach nicht den Fehler, den viele Teilnehmerinnen meines Coaching-Programms früher gemacht haben, dass sie den Mann auf ein Podest stellen. Nein, das machst du auf gar keinen Fall. Du stellst dich selbst auf ein Podest ab jetzt. Also meine Liebe, versprichst du mir, dass du dich ab jetzt selbst auf ein Podest stellst? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Was du auf jeden Fall noch wissen solltest, ist, dass Distanz nicht nur gut für Männer funktioniert, sondern auch gut für Frauen. Also, lass uns jetzt mal einen Blick auf dich werfen. Willst du einen Mann in deinem Leben, der dich ständig schreibt und alles für dich tut? Oder willst du den Mann, der eine Herausforderung für dich ist und den vielleicht auch andere Frauen attraktiv finden? Welchen Mann willst du in deinem Leben? Meistens wollen wir die Herausforderung. Und das beweist, dass das sich Distanzieren sehr gut funktioniert. Also, werde eine Herausforderung für den Mann. Mir ist absolut klar, dass sich das Ganze viel leichter anhört, als es in der Praxis ist. Und wir wissen beide, dass das Leben immer spezifische Situationen mit sich bringt. Aber das hier alles in diesem Video zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Und weil es mir wichtig ist, dass du alles richtig machst und dieses Thema so wichtig ist, habe ich für dich einen Videokurs zusammengestellt mit dem Namen Nette Frauen bleiben immer Single. Und in diesem Videokurs geht es genau um das heutige Thema und wie du dich richtig von einem Mann distanzierst. Du erfährst in dem Videokurs auch, wie du dein Liebesleben wieder in den Griff bekommst und wie du mit der Angst eines Mannes vor einer Beziehung und seinem plötzlichen Verlust von Interesse an dir umgehen kannst. Ich kann dir diesen Videokurs nur von ganzem Herzen empfehlen und ich habe schon viele positive Feedbacks dazu bekommen. Also, wenn du willst, dass sich ein Mann wahrhaftig und dauerhaft um dich bemüht, dann hol dir jetzt diesen Videokurs, indem du auf den Link unterhalb dieses Videos klickst oder auf diesen Banner hier oben. Hier ist ein weiterer Grund, warum du dich von einem Mann distanzieren solltest, weil das die meisten Männer nicht gewohnt sind. Lass es mich dir direkt sagen, wenn du für einen Mann Gefühle hast und du dich zu ihm hingezogen fühlst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du zu anhänglich und bedürftig wirst. Woher ich das weiß, dass du wahrscheinlich zu anhänglich und bedürftig sein wirst? Weil du dir jetzt dieses Video ansiehst und von den vielen Frauen, die mich kontaktieren und an meinem Gruppencoaching teilnehmen wollen. Und ich höre oft so Fragen wie, ich habe Gefühle für diesen einen Mann, aber ich verhalte mich in seiner Gegenwart oder Abwesenheit nicht so, wie ich wirklich bin. Roland, was kann ich tun, um mehr ich selbst zu sein? Wenn du es schaffst, eine gewisse Distanz zu halten, dann wird der Mann gewissermaßen von dir erstaunt sein, von deiner Persönlichkeit, von dem, was du tust oder von dem, was ihr gemeinsam macht. Darum ist es wichtig, Distanz bzw. das Sich-Distanzieren in dein Handlungsrepertoire einzubauen. Aber, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen, darum wiederhole ich mich, spiele hier bitte keine Spielchen. Das heißt, ich will, dass du dich auf eine natürliche Art und Weise von dem Mann distanzierst. Wie kann das aussehen? Indem du dich mehr wieder auf dich selbst fokussierst und auf dein Leben. Schenk dir mehr Liebe, schenk dir mehr Aufmerksamkeit und fokussiere deine Energie auf dich. Wenn du das nicht machst, dann wirst du bedürftig. Und ich lese oft in meinen Kommentaren, was mir so einige Frauen schreiben. Roland, warum muss ich das alles tun und ich will keine Spielchen spielen? Liebe ist doch etwas Natürliches. Wieso kann ich dem Mann nicht einfach sagen, dass ich ihn liebe? Nein, wenn du das tust, läufst du ziemlich sicher gegen eine Wand. Um zu vermeiden, dass du gegen eine Wand rennst und um dein Liebesleben auf das nächste Level zu bringen und zu der Frau zu werden, die die Beziehung in ihr Leben ziehen kann, die sie sich wünscht, lass uns doch gerne per Zoom oder Telefon miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien und unverbindlichen Beratungsgespräch schauen wir uns gemeinsam deine aktuelle Situation an und ich gebe dir einen Plan mit, wie du die Beziehung deiner Träume in dein Leben ziehen kannst. Und danach entscheiden wir gemeinsam, ob mein Coaching-Programm zu dir passt. Du willst dieses Beratungsgespräch mit mir führen? Dann mach jetzt Folgendes. Klicke auf den Link unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung oder auf diesen Banner hier oben und fülle den darauffolgenden Fragebogen aus. Nochmal, es ist mir sehr wichtig, dass du keine Spielchen spielst. Fokussiere dich mehr auf dein Leben und du wirst die attraktivste und glücklichste Frau, die nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Denn genau das hast du verdient. Und ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Aber viel wichtiger ist, dass du das, was ich dir heute hier erzählt habe, in die Tat umsetzt. Weil das viele deiner Probleme lösen wird. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich will, dass du glücklich bist. Und ich will auch, dass du als Kirsche auf der Sahnetorte, den Mann und das Liebesleben bekommst, das du dir von Herzen wünschst. Ich freue mich sehr, wenn du mir für dieses Video einen Daumen nach oben hinterlässt und du diesen Kanal abonnierst. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sage, alles Liebe, dein Roland. ZE Lبر ZE LAD